ja servus liebe freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video vhs time mal wieder ja ich habe post bekommen wie üblich vom guten nico kanal ist natürlich unten in der infobox verlinkt ich habe ihm einen film zugeschickt er mir und ja wir werden uns die filme anschauen wir haben keine ahnung was sich in den paketen befindet und wir machen dann eine review ja ausgabe nummer 3459 ich habe keine ahnung wie viele videos wieder schon gemacht haben altes geiles format und es macht immer wieder spaß und man entdeckt immer wieder neue perlen und wollen wir mal zusammen reinschauen ja ich habe bock ich mache mir jetzt hier einen schönen filme abend ich werde mir sehr gleich auch noch ein bierchen öffnen und dann ja den vhs film vom guten nico gucken ich habe hier den umschlag da hat er mir natürlich auch meinen film den letzten den ich ihm zugeschickt habe wieder zurückgeschickt machen wir hier mal auf schauen wir mal so das hier ist der film den ich ihm zuletzt geschickt habe und jetzt kommen wir zu dem neuen vhs film aber das ist immer wie so ein überraschung sei immer wieder geburtstag und weihnacht in einem ja es ist eine dvd merke ich normale mray schauen wir mal okay klasse chronik einer katastrophe ein film von ilma raag ich bilde mir ein dass ich das cover schon mal irgendwo gesehen habe aber ich kann wirklich nicht mehr sagen wo und wann und ich habe null ahnung um was es hier geht ja das cover ist auch interessant es ist so ein kreuz dargestellt von zwei bleistiften wo einer durchgebrochen ist ja sieht man es noch mal genau und ja also ich kann mir jetzt gar nicht wirklich vorstellen was das hier sein könnte also ich schätze mal wenn hier chronik einer katastrophe steht wird es vielleicht auf einer wahren begebenheit basieren das ganze vielleicht ein katastrophenfilm vielleicht auch oder ein drama schauen wir mal um was geht es hier mehrfach preisgekrönter festivalhit und estlands vorschlag für den oscar als bester fremdsprachiger film 2007 okay wir haben eine lauflänge von 98 minuten ja und es ist ein drama wegschauen oder eingreifen mitmachen oder sich in den weg stellen auch wenn das eigene leben in gefahr gerät okay es scheint anscheinend hier um zivilcourage zu gehen josef ist der prügelknabe der klasse auch für kasper doch eines tages kommt kasper seinem klassenkameraden zu hilfe und gerät damit ebenfalls in die schusslinie ein system von demütigungen und gewalt wird in gang gesetzt schließlich sehen die beiden jungs nur noch einen ausweg klasse erzählt in dokumentarisch anmutenden bildern die ebenso beunruhigende wie erschütternde vorgeschichte eines amoklaufs bei der die grenzen zwischen opfern und realität fließen sind okay da ist vielleicht dann könnte ich mir vorstellen auch so ein bisschen vielleicht das stockholen syndrom hier auch mit thematisch verarbeitet aber es scheint wie gesagt auf einer wahren begebenheit zu basieren was ich hier so gelesen habe scheint recht schwermütige kost zu sein aber wie gesagt da bin ich ja immer offen und schauen wir mal hier klasse ich bin gespannt schauen wir mal rein wir sehen uns gleich wieder ja das war also klasse ja hartes holz was du mir da zukommen hast lassen nico ja also der film wird seinem genre drama mehr als gerecht muss ich sagen und ja wie gesagt aus dem jahre 2007 von ilma raag ein istnischer film habe ich glaube ich vor dem film auch schon mal erwähnt habe ich hier hinten gelesen glaube ich oder müsste müsste ich schon mal vorgelesen haben und ja also es ist definitiv ein sehr realistischer film also es könnte es könnte und läuft wahrscheinlich auch genauso in vielen schulen ab wie es hier zugeht ja ich meine viele wissen ja wie das beim mobbing läuft da entwickelt sich eine ungesunde gruppen gruppendynamik und im fokus dieser ganzen mobbing schose hier sind zwei jungs ja und ja die werden halt direkt von der ganzen klasse terrorisiert ja die ganze klasse hat sich gegen diese beiden verschworen und ja also diese mobbing attacken werden immer schlimmer dann werden sie verprügelt ja dann werden ihnen kleidungsgegenstände kaputt gemacht und ja gegen ende wird es halt dann richtig heftig ne und ich sag mal so man ahnt schon was am ende passiert ne und ich meine viele solche mobbing geschichten gehen so aus ja das halt dann einfach die mobbing opfer sich eine knarre schnappen und dann sich an ihren peinigern rächen ja und wenn man diese ungesunde gruppendynamik vorher schon unterbrechen würde wie auch immer da gibt es verschiedenste lösungsansätze wenn man da vorher schon irgendwie ansetzen würde könnte man so was verhindern das problem ist oft einfach nur die unfähigkeit der lehrkräfte und der anderen mitschüler sich gegen das ganze zu stellen ja ich habe mich teilweise auch ein bisschen an meine eigene schulzeit erinnert gefühlt bei diesem film also der hat schon die ein oder andere nabe bei mir angekratzt ja ich muss sagen er war gut ja er hat wirklich vom schauspielerischen her überzeugt ja er beginnt sehr langsam sehr ruhig ja und am anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan mit der optik also es ist wirklich ein sehr niedrig budgeter film gewesen was man also zumindest vom bild her so vermuten könnte also es ist wirklich ein sehr semiprofessionelles bild oder schätze ich mal wurde keine hochkarätige kamera verwendet wie auch immer also damit muss man halt zurechtkommen mit dieser amateur optik sage ich jetzt schon mal fast ne und halt auch mit der krassen thematik ja ja was mich halt bei dem thema immer so ankotzt ist dass das immer noch auf videospiele und latas und bullshit geschoben wird anstatt die wirklichen beweggründe solcher täter herauszuarbeiten ja wie gesagt mobbing ja soziale ausgrenzung ja unverständnis der eltern was hier auch sehr gut thematisiert wird ja also der vater von von einem dieser dieser beiden ist ja ein richtiges arschloch gewesen ja und ich meine sicher hat das vielleicht nur gut gemeint er hat die ganze zeit so gesagt ja du musst dich wehren und hau ihm mal richtig auf die fresse und so ja das ist leichter gesagt als getan ja wenn man quasi die die ganze klasse gegen sich hat ja allerdings habe ich die erfahrung gemacht wirklich wenn man sich wehrt also wenn man wirklich mal die fäuste sprechen lässt dass dann diese leute auch wirklich von einem ablassen weil die sind halt nur in der gruppe stark allein sind es so kleine würstchen und teilweise machen die auch mit nur damit sie selber nicht ob in mobbing opfer werden also das ist wie gesagt hier sehr sehr gut herausgearbeitet muss ich sagen wie gesagt schauspielerisch hat er mich überzeugt von der dramatik hat er mich überzeugt er ist natürlich ein bisschen vorhersehbar das ist ja logisch also ich wusste schon das ganze wie das ganze abläuft was gegen ende dann passieren wird allerdings war der showdown also der höhepunkt des mobbings war schon war schon krass und ja ich habe mich selber wie gesagt zurückversetzt gefühlt und ich habe viele solcher arschlöcher wie sie hier im film gezeigt werden kennengelernt in meinem leben und deswegen ja konnte ich mit den beiden sehr gut mitfühlen hier wie gesagt gewalt ist im endeffekt nie eine lösung bei sowas sondern man muss irgendwelche anderen wege finden um sich dazu wehren wie auch immer da könnte man jetzt stundenlang tagelang wochenlang diskutieren auf jeden fall hat mir der film gut gefallen wie gesagt ein paar wehrmutstropfen waren halt die optik ich fand den film jetzt optisch nicht sonderlich ansprechend und es ende ist halt ist halt vorhersehbar gewesen aber gut da kann man jetzt quasi den film und der geschichte kein strick draus drehen ja das ist halt nur mal bei einem amoklauf so dass das so abläuft ja traurigerweise und ja also wer definitiv sowas sehen will wer darauf bock hat der kann hier reinschauen ja es ist ein sehr sehr heftiger film allerdings wurde ich jetzt nicht so schockiert weil ich halt einfach schon viele filme in diese richtung gesehen habe ja also was heißt jetzt in diese richtung also jetzt nicht unbedingt so im mobbing bereich aber wo ähnliche dynamiken am werke sind jetzt zum beispiel bei eden lake ja oder oder bei rampage wenn du sowas gesehen hast dann dann weißt du einfach schon wo der hase hinläuft und dann ja schockiert dich sowas irgendwann nicht mehr vor allem weil du halt einfach schon weiß wie man das ganze verhindern könnte ja und wenn dann einfach dieses umfeld was man im film sieht so 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 unfähig ist ja dann dann ach dann rauft man sich die haare und denkt sich einfach nur leute wach doch mal auf ja ja wie dem auch sei klasse ist ein klasse film ja und ich gebe dem film sieben von zehn punkten die hat er verdient ja ein krasses außenseiter drama was ein definitiv den tag vermiesen kann wenn man schwache nerven hat und ja ich kann ihn auf jeden fall weiterempfehlen wie gesagt schaut mal beim guten nico vorbei kanal ist wie gesagt unten verlinkt ich habe ihm auch einen film zugeschickt und ich freue mich schon auf aufs nächste mal ja ja nico vielen dank dass du mir den film hier zugeschickt hast ich wäre so wahrscheinlich nie auf den aufmerksam geworden und ich hoffe ich konnte mit der review euch auch ein bisschen ja neugierig machen auf das ganze ja also dann vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal euer silenzium und heavy metal macht's gut